Denn dann kann man tatsächlich mit dem letzten Wurf noch ein End entscheiden. Also ich glaube, dass es sehr glatt ist, oder? So, Sarah, richtig. Eher glatt? Ja, ich würde es mal... Ist sehr, sehr glatt. Also sie muss da... Bisschen weniger Kraft als beim Proben vielleicht. Bisschen vorsichtiger sein. Warte, ich muss mich konzentrieren. Das ist kein Nachteil. Ja, da schickt sie auch noch mal mit einem zweiten Druck diese Rotation, also dieses Curlen. Die Reibung auf dem Eis entsteht und dass dadurch der Stein länger wird. Der Erste ging übers Ziel hinaus. Also sie muss ein bisschen vorsichtiger sein und dann kann man ja noch einiges mit sich erreichen. Jawohl! Aber das bedeutet noch nichts, denn wir haben ja noch einige Steine. Denn es zählen die... Ein Stein, der am nächsten am Button liegt. So wie Sarah Mau. Dann! Bir Pasta! ? Dann! Dann!